So Leute, willkommen zurück zu Haunting Ground. Ja, das letzte Mal haben wir Lorenzo getötet oder irgendwie auch nicht, aber irgendwie doch. Und ich bin total verwirrt momentan. Ähm, und ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Daddy! Hehehehe. Fiona, meine lieben Beleger von Azoth. Was passiert? Du bist nicht mein... Azoth ist die essentie der Leben. Wir Alchemisten haben die Möglichkeit, es zu veröffentlichen in Macht. Wir können immer noch leben. Wir können immer... Your Azoth, Fiona, belongs to me. Ah, my God! Ah! Ah! Oh, 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 oh! Okay, der Typ hat genauso wenig einen in der Waffel. Gut, das hätte ich auch schon vorher sagen können, wie die anderen. Ist das jetzt wieder Lorenzo? Pauli, was ist das denn? Hughie! Oh, Hughie ist wieder da. Oh mein Gott, das ist gut, das ist gut, 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 gut. Ähm, ich hab das Gefühl, das würde nix bringen, wenn ich mich in diesem Scheißschrank... Warum ist jetzt schon wieder alles anders? Wo sind wir hier? Ähm, werd ich mal ehrlich, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Das sieht alles anders aus und... Dieser Typ wird immer jünger, hab ich das Gefühl. Aber wir haben ihn doch getötet oder haben wir ihn nicht getötet oder... Oh, Uli, wo kommt der denn? Ich hab das Gefühl... Oh Gott, ey, der Typ kann sich teleportieren. Und ich geh immer höher und höher und höher, oder? Hm. Nimmt das ein Ende. Nimmt das ein Ende? Ich lauf nur im Kreis! Oder kommt mir das nur so vor? Oh mein Gott! Ich frag mich jetzt, geh ich wirklich höher? Ja, gut. Und ich hab das Gefühl, dass man Hughie ihn gebissen hat, hat ihn überhaupt nicht ausgemacht. Zumindest nicht viel. So, wir haben genug zum Heilen. Wir können uns jetzt nicht leisten, langsamer zu werden. Oh Gott. Ähm. Wo zum Teufel sind wir und warum sieht das hier so komisch aus? Also kontrastmäßig. Alle Dinge beginnen rein von Farbe. Das ist interessant. Also, wir haben hier rot. Blau. Wir gehen mal die rote Tür. Ich weiß nicht, ob das irgendwie damit zusammenhängt, was wir da mal in dem Riccardo-Teil gesehen haben, wo jemand gesagt hat, weiß ist die Farbe der Nahrung und rot ist die Farbe. Bla, 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 ihr wisst schon. Und was auch ganz cool ist, ob ich nochmal speichern kann. Rot. Für den nächsten Schritt sei er rot oder blau, werden sich beide Antworten nach und nach ergeben. Haben wir nicht neue Kommentare bekommen? Das letzte Mal, als sie einen Raum getragen hat oder einen anderen Ort verbunden, werden sie das ganze Herr noch so daraus. Woran sieht es aus wie das meines Vaters, sondern es war, dass ich an meinen Augen von einem alten Mann habe. Es geht hier vor sich. Symbol, bitte. Okay, alles klar. Ähm, wir gehen nochmal in die roten... Die gelbe? Kamille. Ähm, nee, wir gehen jetzt mal die andere. Oder wir gucken, was aus der anderen Seite ist. Moment. Nassmethode? Gelb. Haben die Farben irgendwas Bestimmtes zu bedeuten, frage ich mich ehrlich gesagt. Die Farben, ähm, wie die einzigartigen Erinnerungen des Geistes kommen vielleicht nur einmal im Leben. Blau? Ähm, und auf der anderen Seite hätten wir grün. Dann gehen wir grün, weil grün hatten wir noch nicht. Und ich weiß nicht, ob das riecht, ob das irgendwie da so gemeint war, aber ich nehm's jetzt einfach mal an. Oh Gott. Was ist hier nur los? Grün. Ähm. Alle Farben müssen am Ende schwarz bilden. Wie ist das hier unvermeint? Okay. Schwarz. Ob das jetzt richtig ist. Ich hab keine Ahnung, Leute. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Ähm, Lorenzo's... Eh, warte. Verdammt, ich bin genau wieder am Anfang. Das scheint ja immer so... Okay. Okay, ähm... Das heißt, schwarz habe ich erst betreten, wenn alle anderen Farben vorgekommen sind. Aber woher soll ich denn wissen, welche Farben alles vorkommen? Woher soll ich das denn wissen? Nein, wir gehen jetzt mal rechts lang. Und schauen, was da so ergibt. Nein, 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 nein. Schwarz ist falsch. Okay. Das heißt, dieser Weg war richtig. Der gelbe. Ja. Schön, 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 schön. Ah, interessant auf jeden Fall. Nö, hab ich überhaupt nicht. Ähm, ja, mach die Tür auf, Fiona. Nö, ich hab mich überhaupt nicht verirrt. Was willst du eigentlich? Was ist dein doofes Problem, Lorenzo? Okay, was ist hier auf der rechten Seite? Hier war die grüne Tür, die war ja auch richtig. Okay, jetzt kommen wir in den grünen Raum. Und jetzt war hier diese schwarze Tür, die wir nicht betreten werden jetzt. Das heißt, wir gehen jetzt mal nach rechts. Oder? Ja. Rot. Aber rot hatten wir schon mal. Ja, und wieder der Anfang. Scheiße, Leute. Scheiße. Ich hab echt, ähm... Ich glaub, glaub ich, ein Problem. Okay, gehen wir blau. Weil blau kommt ja später nochmal, wenn wir jetzt wieder an den selben Ort kommen wie eben jedenfalls. So, sind wir jetzt in blau gegangen. In blau waren wir nämlich noch nie. So, was haben wir bei blau? Haben wir links einmal... Grün. Und rechts haben wir... Oh, Leute, Leute, Leute. Gelb. Na, dann gehen wir jetzt gelb. Oder? Ich hab doch keine Ahnung. Hm, gelb. Und ich hab kaum noch Energie, seh ich gerade. Wir sollten doch immer die Dinger hier in der Mitte lesen. Die Farben, die ich an den anderen Seite kommen, vielleicht nur einmal im Leben. Ja. Blau. Gelb. Na, blau hatten wir schon. Ja, und das gefällt mir nicht, dass du mich holen willst. Blau, gelb, grün. Okay. Blau, gelb, grün. Jetzt können wir nämlich in rot reingehen, oder? Glaub ich jedenfalls. Boah, ich muss eine Kamille nehmen. Ich hab jetzt keine Lust zu warten. So. Das heißt, wenn hier jetzt rot ist, dann müssten wir da eigentlich reingehen können. Ja. Und dann schwarz, oder nicht? Na doch. Ähm, habt ihr ihn gerade gehört? Der hat gesagt, I found you. Gelb. Waren wir schon. Oh, oh, oh. Oh. Okay, schwarz. Oh, schwarz. Richtig? Ja. Okay, Leute. Wir speichern hier. Das war Haunting Ground für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.